Untergrundpassage Route 5 zur Route 6 Die ist wahrscheinlich noch gesperrt für mich, oder? Die war doch am Anfang mal ziemlich gesperrt Das ist einfach Das war zu schwer Öffnen wollte aber jedenfalls frei rum Vielleicht gucke ich erstmal, wo Route 6 ist, bevor ich hier die in Abkürzung nehme Ja, gehen wir mal hier weiter Ich habe gehört, im Pelztunnel ist es ziemlich dunkel Ich würde vielleicht lieber Blitz finden, bevor ich dahin gehe Okay, also auch nicht Das muss ich doch durch die Abkürzung Ja gut, das habe ich nicht so verstanden Achso, dann geht es erstmal jetzt gegen den Elektro-Oden oder so Ich glaube, danach kannst du nämlich Blitz benutzen Jetzt gucke ich aber nochmal hier rein Gibt es andere Pokémon? Äh, es gibt mir ein bisschen stärkere Pokémon Oh, Pikachu, dann krieg ich es immer wieder noch runter Spass BKBG Oh, der Schock Laps Ich hätte vielleicht doch ein bisschen länger schlafen sollen Äh Die anderen beiden sind halt schon angeschlagen Gloon? Achso, und die Weiterentwicklung von Miras So, wie hießen die Duflor? Duflor war das höchste, oder? Oder war das hier Duflor? Auf jeden Fall Schnabel Gift Nee Was ist das? Säure ist das? Schnabel Schnabel Ist stärker als Säure 2300 XP Holy Shit Dieses von wegen Ich spiele gerade bis Level 98 und 99 100 Entwickle ich erst Und dann mache ich mit dem Attacken Eure Neulerner Weiß nicht, finde ich irgendwie Quatsch Aber hier steht nicht, dass es sehr effektiv ist Obwohl es schon ziemlich viel Schaden macht Ominus Wind Das muss ich wieder nachgucken Ominus Wind Unheilböen Die Attacke kenne ich nicht Typgeist? Warum nennt ein Lernt ein Es steht ja auch Ich stehe auf die Erklärung immer Warum nennt ein Psycho-Flug-Pokémon Die zweite Geisterattacke von allein? Das traf ich nicht Targeted with a gust of repulsive This may also raise all the users' deaths at once Ich nehme mich aber den Teleport weg, ne? Und vor allen Dingen haben sie auch eine Katze inzwischen Und Katzen mögen wir auch Rauchgeruch gar nicht Deswegen kann er Kann er nur noch auf ihrem Balkon rauchen Und danach mag die Katze ihn halt nicht Und der mag die Katze sehr Der knuddelt super gern mit der Und daher Vielleicht überlegt er sich irgendwann Mal anders Pursuit Ich hab gerade erzählt, dass ich mir jetzt vorgenommen habe Meine Pokémon erstmal alle Level 20 zu bringen Dann gucke ich mal, ob ich durch den Tunnel komme Mann, Nase Ja, ich bin immer schneller als du Selbst mit reduzierten Geschwindigkeit Und ich bin immer gerne bereit Kann ich mir lattice Ein tornado Er soll aber keinen schlimmer critical hit 1100 xp sehr schön solche kämpfe mag ich gib mir mehr 1000 xp kämpfe ne nicht haupt sie ist 1000 xp kämpfe nicht haupt sie ist auch wenn es die ersten drei buchstaben gleich sind so dass das doch okay ich habe gerade 6 gekauft focus energy energiefokus war so eine quatschattacke oder erhöht volltrefferquote des anwenders um zwei stufen energiefokus schlägt fehl wenn angriff plus der angriffs energiefokus bereits in die zone kann halt mehr kritische treffer machen dann natürlich ein trinitel dafür weg machen aber ich würde irgendwie noch ein tun noch die lösung wir können die focus so ich habe 20 sondern lust dran die fans total ev ev was sind ev und ev ev evolution und ev ist gerade und gelernt oder so ein was würde dass das grün ist überdurchschnittlich okay da hat auf jeden fall eine gute verteidigung ist ja 27 das hat 44 und es ist drei level drunter wie du es auch nicht gut verteidigen und angriffen okay du hast einen guten angriff zweimal entwickelt hast schon das ist das zählt halt nicht so richtig 37er speed ein zwanziger speed bist du langsam sondern in weißen meines erstes in die total das habe ich schon gesagt also das ist das was ich habe sozusagen aber das ist ja wie sie sich zusammensetzt hier hinten und das verstehe ich habe nicht was ev ev sind also das weiß ist was ich sozusagen insgesamt bei dem pokémon habt das habe ich schon verstanden trotzdem danke evs individuell okay das ist zufällig alles klar alles klar also du bist auch gift hier magnitude 10 für die swipes sind nicht auf 20 folgen schlag für die swipes kratz furia genau Das ist quasi der Furienschlag in Kratz. Nee. Da ich schon Kopfnuss hab und Sternenschauer will ich nicht noch Kratz-Hurie gern. Nee, das ist Kratz. So, es ist alles Level 20. Wer hat von einem Blitzer? Wer nimmt den Blitzer? Aquana und Flamara sind so viel hübscher. Bleh. Also, tut mir leid, was ihr Blitzer cool findet, aber wenn ich die Wahl habe, welche von den drei Standardentwicklungen von Evoli ich mache, nehme ich nicht Blitzer. Zumal es genug andere Elektro-Pokémon gibt. Ich finde, die anderen beiden sehen so viel eleganter aus. Blitzer sieht halt ein bisschen aus wie vergessen zu das Feld zu pflegen, sozusagen. Selbst Nachthara finde ich schöner. Je nachdem, welche Pokémon ich besiege. Aha. Interessant. Das Evolution-Zeug ist je nachdem, welche Pokémon ich besiege. Fragst du. Das wär ja interessant. Das würde bedeuten, dass die dich... Also, es würde bedeuten, dass sozusagen ein klein aufgezogene Pokémon, die viele Sachen besiegt haben, die lange dabei sind, die besseren Stats kriegen würden. Richtig? Nach der Idee. Weil du halt mit denen viel mehr Pokémon besiegst. Außer du kriegst für höhere levelige, spätere Pokémon mehr Stats dazu, dann macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. So, hey you. So, jetzt geh mal hier rein. Äh... Bei 4 Punkten bekommst du... Achso. Bis zu 510 Punkt, bei 4 Punkten bekommst du ein Stat. Äh, womit fange ich denn jetzt an? Welches Pokémon nehme ich denn nach vorne? Ich weiß nicht, Bibo, oder? Wolltorp. Wolltorp. Bist explodiert oder was? Grenze seit 510. Okay, damit man halt nicht zu viele Punkte für einen Kampf oder ein Pokémon kriegen kann. Du bist selber... Du bist kleiner als ich. Was nennst du mich hier? Hey, Kind, lass uns kämpfen. Du bist kleiner als ich und nicht bloß vom Nahen her. Schweinerei. Ich bin nicht ganz sicher, weil das... Du bist Pflanze-Gift, ne? Hätte ich vielleicht doch über seine Hand. Passiert. Nicht so gut. Spound. Wow. Ich kriege mal trotzdem mehr Damage für meinen Pursuit. Hast du mit deinem... Äh, Wickel heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Oder ne, Wickel ist es nicht, dass es mehrfachangriff. Klammerung oder so? Changing Pokémon. 4000 X... What? Äh, hier wird ja begann wechseln. Ich bin ein weicher Pokémon. Mit einem guten Schlag eingriffen. Da kommt ein... ...Strahl zurück. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim studen sind ja auch fehl probleme besser aus flinchen kunden eigentlich das und 20 max in einem stadt zum beispiel attacke aufs spiel hast du hier das sechs ist noch eins denn wo du bist also weil du zwei stats max bringen kannst ja okay und maximal 510 punkte insgesamt das bonus bekommst okay ich will kein rips bin dann danke ich habe das gefühl meine pokémon war nicht gut genug so es bin ich es war ja relativ flott ich gebe durch das mal wenn das hier im camper du denkst aber lieber hier durch warum ich dort die backcatcher nato du bist dran ich hab dich noch nie gesehen so gut ja testen wir doch mal gut ich bin jetzt mal nicht trainiert hat schnabel ach nein ach ach ich hab noch eine lumberie dagegen schnabel silber du bin hier dran au li sieben joh tülich 7.000 johannu genau danke ich habe doch noch tränke dabei jetzt geht es aber los mit den xp hier geht es aber hart nach oben ich will zwei tränke nehmen ja da habe ich noch einen trank wenn ich schon dabei bin da ich noch zwei leute vor mir habe ich noch mal die augen pauschen wenn ich kann auch sind kann ich nicht ich okay wir spielen pikachu du hast spaß haben verbrühe immer wieder mit flug pokémon und ist okay das noch mehr flug pokémon zu verprügeln nun schon können wir jetzt alle einen druck zu geben sind tot schön sie ok du bist entwickelt du kriegst ein elektronik und bist du schön schön tschüss ja die haben die gar nicht gut funktioniert muss man mal so sagen du bist noch ein camper ich hasse camper hm willst du nicht mit mir reden ne will ich nicht ich will einfach nur in die stadt kommen ja ich weiß dass das hier ist aber da sehe ich auch die ganzen die davor waren oder die kann ich gerade gar nicht krollen auf so einem grund ja ich weiß dass man hier sehen kann die pokémon die man schon kennt die zu fangen sind äh ich will aber aktuell ja gerade gar nicht fangen oh elektroball das reicht nicht äh uuuh das könnte wieder werden hyperfang ja tut mir richtig weh äh shit mega drain halte du hast die oh gott das reicht nicht mal das reicht nicht uuuh das reicht nicht du musst es jetzt eigentlich sterben lassen weil es wieder hyperzahn machen wird das stirbts lol lol der selbstmordbomberbeauty hat das radikal besiegt viel effort tat nein du Asia